Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in der Open Lobby und in sämtlichen Missionen God Mode bekommen könnt. Ja, dafür braucht ihr einfach nur einen Winnie Easy aus der Arena. Fangen wir einfach mal an mit den Vorbereitungen. Wir begeben uns zunächst zu einem Ammonation, kaufen uns irgendeine Panzerung. Welche Panzerung, das ist auch wirklich völlig egal. Wenn ihr jetzt irgendein PED-Outfit haben solltet, wo auch die Panzerung drauf ist, könnt ihr auch selbstverständlich diese Panzerung auch dafür benutzen. Ihr öffnet dann das Interaktionsmenü, dann geht ihr einmal auf Inventar, dann geht ihr auf Panzerung und dann müsst ihr gucken, dass die Panzerung auch auf Angestellte ist. Ihr wählt dann die Panzerung dann einmal aus oben, die ihr gerade gekauft habt, fordert dann den Easy einmal an. Nun ist es auf jeden Fall wichtig, dass der Easy hinten diese Stacheln hat. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir begeben uns einfach zu dem Easy hin, drücken R1, holen jetzt irgendeine Waffe raus und nun fangen wir einfach an, ein bisschen rumzuziehen. Ihr müsst so zwischen 20 und 30 Sekunden einfach ein bisschen rumzielen. Wenn ihr die Vibration eingestellt habt auf eurem Controller, werdet ihr auf jeden Fall merken, dass wenn ihr zielt, dass ihr auf jeden Fall so eine kleine starke Vibrierung da bekommt. Und das ist auf jeden Fall perfekt. Wie gesagt, so 20 bis 30 Sekunden. Habt ihr das dann gemacht, könnt ihr es auf jeden Fall mal testen. Ich meinte, es gab mal eine Haftbombe und ihr seht, ich sterbe nicht. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon sozusagen im God Mode. Ihr könnt aber sterben. Und zwar könnt ihr sterben, indem ihr verbrennt. Oder ihr könnt sterben, indem euch die Cops oder irgendeiner jemand mit einem gezielten Kopfschuss tötet. Das sind die einzigen Varianten, wo ihr sterben könnt. Aber selbst wenn ihr jetzt sterbt, dann ist es auch kein Problem. Ihr seid dann immer noch im God Mode. So, ich kann es jetzt mal anhand eines Beispiels zeigen. Ich habe jetzt mal hier mit dem Jens Caio Pereco gestartet, eine Haftbombe geschmissen und ihr seht, dass ich auch jetzt hier in der Mission im Heist im God Mode bin. Wie gesagt, das könnt ihr auch wirklich mit allen sämtlichen Missionen machen. So, ich habe jetzt einfach mal ganz normale Kontaktmissionen gestartet und ihr seht, auch hier in den normalen Kontaktmissionen bin ich auch im God Mode. Und ja, das war es auf jeden Fall auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.